Heute stellen wir erst Malou Mathieu Fier. Sie als Urban Sketcher, ein präparerter Moment der Buchführung von 170 Seiten, mit Zeichnungen von Minet, wo Ado Wains de Loram Allagron, wo Minet UNESCO-Biosphäre hier bürohen wird. An dem Buch über die Minet werden Zeichnungen von industriellen Gebäuden, Zeichnungen vom architektonischen Patrimonien von den Mineter Gemeinden und Zeichnungen von den Naturschutzgebieten, die aus den allen Därobaugebieten entstehen, ein Komplettbild von der Region weisen. Die Diffusionen umher und der Litzabauer Süden hat Moulou Mathieu schon für ein langer Zeitschein. Die Idee, wie soll ich sagen, die hat pure Komponenten, ganz am Anfang, dass man dann ein Kollege zusammen machen, weil da aber direkt ein Projekt neu gingen ist. Und dann sind wir ein zweites Projekt auch neu gingen, und da sind sich, wie lange da, man hat schon ziemlich viele Entsichtungen von Minet. Und dann haben wir schon die Idee, ich möchte, was man in allen Mengen Zeitscheinungen machen soll, und dann haben wir die Däuren stehen, um dann lange weiterzuführen. Konkret kauft der Projekt am Lärfunde Läschten gut zwölf Mängd. Also nur für die Minet, da sind wir, also das hat für einen guten Jahr angefangen, und dann, wo das Projekt geändert hat, das hat er im Oktober geändert, da hat es uns ein bisschen neu erfunden, neu, also um die Idee hat geändert, und dann, so sind es intensiv, dann am Gängen, das ist im Jahr, dann intensiv am Gängen, für Zeitschnungen zu nachführen. Für die rund 107. Seite bräuchte urban Sketcherin Malou Mathieu natürlich viel Material. Wie kann das Buch, so um die 117, 177 Seite, kriegt er nicht eng Zeitschnungen sein, da ist es nur um die 400 Zeitschnungen wert, wobei es nicht immer Komplettzeitschnungen, und dann haben wir auch noch Details erfunden, wobei er die mal rausgeschildt ging, da werden so etwa 250 bis 300 Großzeitschnungen wie man dann auch so klein an die beiden sollt gehen. Aber sie wird halt schon von den Zeitschnungen als gemein, an Zeit läuft, weil Buch soll, auch wenn es kein Projekt am Kader von erst 2022 ist, mehr oder weniger am Start vom Kulturjahr am Minet herauskommen. Ja, also, ich schätze mal, ich hoffe mal, dass es für März, nächste Uhr fertig ist, also spätestens April werden, aber du weißt, ich fängt natürlich auch von Wiedern auf, ich höre viele, wenn es rauszüchne geht, natürlich, die noch Wiedern aufhängig. Ja.